Moinsen, Mahlzeit und hallo, grüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie Zockt Rocket League. Wie springen denn meine Kollegen da schon wieder? Oh, der wäre fast sogar abgefälscht worden und drinnen gelandet. Sehr cool. Ja, das wäre geil gewesen, aber hätte er eine Fahrradkette. Na komm, wieso haut der den denn weg? Ich wollte mit meinem kleinen süßen Igel ra... Ja, ja, ja! Das ist doch erfrischend. Flop, da ist er dran. Und genau, Yuppie Zockt Rocket League vom Feinsten. Naja, nicht immer vom Feinsten, aber manchmal kann ich ja doch was. Oh, da hat schon wieder einer so eine nervige Raketenspur. Tukutu 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 Tukutu. Nein. Nicht rein da. Nein. Böse Tukutu. Genau. Westarmid. Und... Wer hat mir denn da... Ach... Alto Belly, du nervts mich. Verdammens. Ich dachte, ich bin da darmach. das war knapp irgendwie kann ich gerade wie graf zahl graf zahl nein wieso was soll das ich habe euch nichts geht ihr schweine geht doch nicht so einfach geht hat mich freunde so einfach war das auch nicht aber drehe ich mich denn hier rum wie spacken ich habe keinen boost alles gut alles gut alles gut ich werde hier gleich wieder zum berserker seht ihr flammen rot und gelb booster ist meine und von mir kommen 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 fein zu papa was soll der scheiß nein 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 spinnt ihr ab in die mitte powerschlag zu hoch verdammt nein ihr habt auch wohl echt also geht es noch ich könnte jetzt hier ärzte anspielen du hast nicht so oft angespuckt geschlagen und leck mich wer will dieses tor sehen wer will es sehen ist es nicht wunderschön ich muss gar nicht drücken die anderen drücken eh nicht booster für mich da kommt der ball schon um befreiungsschlag könnte ein bisschen applaudieren bitte er hat auf den ball gewalt hat du gehst mir auf den sack er hat auf den ball gewartet und einen kick verdient boom okay wir liegen eins zu drei hinten es wird zeit dass wir aufholen vielleicht jetzt wie geil ist das ding denn guckt euch das träumchen an ich habe gar nicht gedacht dass ich das war nein das waren sie selber wie geil ja und ich sag gerade noch mit muss jetzt losgehen da ist er da bell schon ne 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 falsche richtung was soll der mist jung macht die raketenspuren dass er es gibt ja schöne raketenspuren sowie meine die klempert ein bisschen da kommt ein schrott raus so schrauben muttern und so weiter ja ich wollte gerade mal so ein bisschen gucken was hier abgeht ein bisschen bisschen zuschauen boom aber diese diese eiswagen spur die es gibt und eben diese ding 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 sorry aber tetris mucke brauche ich nicht beim zocken von rocket league aber sowas von perfekt gelandet als ob ich noch nie was anderes gemacht hätte klick ja zielen zielen jubi nein nein falsche richtung nach du schweinepriester das geht doch nicht klar das ist doch nicht wahr und schon wieder kriege voll ein aufs nasenbeine aber immerhin cooler kuchen hier meine lieblings map freut ihr euch auch so wie ich toll oder wird ja naja jajaja ja jetzt ja 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 nein ihr habt wohl echt Laak gesoffen und da kommt CBS in seinem komischen seifen blasen opa geschichte von kia-wurst spur erst mal hier hinten hin und da bin ich vorbei gesegelt fahrt 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 45 und hurra na komm 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 nein rein da rein in der tür schon um ist nicht wahr ist nicht wahr da hat einer den saugnapf aufgefahren ausgefahren hat er ihn wobei nein bei dem namen muss es eher sein dann wölfchen auf dem ball haufen sagt man das heute noch macht man das heute noch nein 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 was habe ich denn heute hier mit meinem enter haken ich dachte mir das wird eine coole aktion und asche war da hat er dreht auch noch im rechtzeitigen moment den ball weg ich glaube heute ist nicht so ganz der mein absoluter spieltag das Prozent wäre ja fast schön geworden ja er hat sich jetzt ein bisschen an als ob ich gerade mit treten und strampeln da reingekommen wäre aber man fiebert doch da beißt man doch fast in den controller rein das seid froh dass ihr nicht wisst wie mein mikro aussieht das hat schon einige bis spuren ja ähm 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 äh äh runter her bäm cool hä was war das denn jetzt für ein kick oh ich bin blind richtige richtung nein falsche richtung boom ganz großes kino jungs ganz ihr seid ja sowas von tolle typen das tor ist so großartig zu treffen nein wieso tut er das wieso wieso ich lieber in der wand einmal kurz kassburg ich habe den an und werde von einem anderen weggefahren und läuft da hat es mich kaputt gemacht es gibt eis am ball am eis am stil ich glaube jetzt haben wir alle durch du acham leuchter ihr schon bewusst dass du mich da gerade weggekegelt hast du schwein nein last moment was ist denn hier los ist ihr tag des großen bienens oder was mini mini fräulein mini und nein er muss doch drin sein naja ich habe fast den mvp gönnen wir es ihm gönnen wir es ihm das wölfchen hat sein zweites tor gemacht nein ich mache jetzt kein vielleicht doch ja boost für jubi und der jerome der der jerome der hat erste ball berührung ne gibt vollgas der andere junge da ne der vollidiot voll der otto torschuss ne ne mittelfeld pass und ne alter geht doch nicht klar ne boom und ich auch mein auto hört sich an wie ein treckermotor boom und tor und schuss und yes ich bin voll der geile mackern ne boom drin sorry ich glaube meine medikamente wieder zu nehmen ja definitiv nein komm gib mir das tor gib mir das tor schande und der jerome der jerome der wahres hätte ich ein tor geschossen dann wäre ich jetzt mvp ja mann ich bin nicht mehr mvp schied ja ich hoffe euch hat es genau so einen spaß gemacht wie mir herzlichen dank dafür dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr mehr davon sehen wollt drückt den daumen nach oben und abonnieren und so weiter ich sag bis bald bis morgen macht gut ciao euer juppi bis bald 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 Vielen Dank.